Was geht ab liebe Kampfsportfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMA. Hamza Chimaev gegen Robert Whittaker ist vorbei und das in dominanter Fashion. Ich bin immer noch geflasht, wie schnell es Hamza Chimaev geschafft hat, alle Zweifler die Mäuler zu stopfen und tatsächlich Robert Whittaker, einen absoluten gestandenen Veteran, der so viele Schlachten im Mittelgewicht geliefert hat, schon der Mittelgewichtschampion war mehrfach und dann viele Titelverteidigungen hatte, tatsächlich von Hamza Chimaev so radikal vernichtet wurde in der ersten Runde. Und er wurde nicht nur vernichtet, ihm wurde durch einen Neckcrank, also es war kein richtiger Choke, tatsächlich der Kiefer gebrochen. Und darauf hat Hamza Chimaev jetzt bei der Pressekonferenz im Nachgang auch reagiert. Wenn euch die Videos gefallen und ihr auch nichts mehr verpassen wollt, dann lasst doch auch mal gerne ein Like und ein Abo. Oder weil rund 80% der Zuschauer auf dem Kanal noch kein Abo dagelassen haben, weil so viele neue Zuschauer wieder dazugekommen sind. Danke dafür. Hamza Chimaev hatte ganz klar und deutlich die Kommentatoren John Anik, Kormier und Paul Felder die Frage aufgeworfen, warum Robert Whittaker so schnell getappt hat. Und das haben wir uns alle gefragt, bis sie daraufhin gesagt haben, dass der Kiefer gebrochen wurde, der untere Kieferbereich. Er hat tatsächlich direkt getappt, wo Hamza Chimaev nur ein bisschen Druck ausgeübt hatte. Das war das gleiche, was Habib damals bei McGregor angesetzt hatte. Ein sogenannter Neckcrank, der dafür sorgt, dass wie gesagt der Kiefer gebrochen werden kann und deine Zähne so aussehen, wie sie bei Whittaker ausgesehen haben. Denn seine Zähne wurden tatsächlich schon so weit nach vorne geschoben, dass sie unter der Zunge sind und die anderen Zahnbereiche natürlich gar nicht mehr einsetzen und einpassen. Und das wurde tatsächlich direkt von UFC-Präsident Dana White auch behoben. Er hatte Robert Whittaker direkt ins Krankenhaus geschickt und zum plastischen Chirurgen, dass da wieder alles eingerenkt wird und alles normal gemacht wird. Denn so soll es nicht sein. Es ist wirklich das, also eine der brutalsten Verletzungen, die man so bisher gesehen hat. Aber das ist natürlich die Power von Hamza Choke. Hamza sagte, bevor ich zur Pressekonferenz kam, haben sie mir die Bilder gezeigt. Er sagt, ich habe gefühlt, dass etwas mit seinem Kinn nicht gestimmt hat, als ich es gechokt habe. Ich habe mich deswegen sehr schlecht gefühlt. Ich wollte nicht jemandem den Kiefer brechen, aber es ist meine Arbeit, jemandem Schmerzen zuzubereiten, um mich tatsächlich glücklich zu machen, um mich Geld verdienen zu lassen, um meine Familie Brot nach Hause zu bringen, sagte er bei der Pressekonferenz im Nachgang. Und das ist natürlich crazy. Er sagte auch, dass der Kampf gegen Duplessis natürlich für ihn am meisten Sinn macht. UFC-Präsident Dana White sagte ja zuvor, dass Strickland 100% der Mann ist, gegen den Duplessis als nächstes kämpfen soll. Aber nach der Performance von Hamza bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir wahrscheinlich sogar Hamza gegen Duplessis sehen. Aber schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei Notime.